Herzlich willkommen zu diesem Tutorial des Instituts für Digital Humanities in Göttingen. In diesem Video wollen wir mit Hilfe des Programms MeshMixer das 3D-Modell eines unvollständig erhaltenen Gefäßes rekonstruieren, indem wir das Modell an seiner Mittelachse spiegeln. In den Bild- und Objektwissenschaften gehört das Rekonstruieren historischer Artefakte zu den zentralen wissenschaftlichen Tätigkeiten. Neben Zeichnungen, Ergänzungen am Original oder nachgebildeten Modellen ist heute auch die digitale Rekonstruktion eine geläufige Methode. Eine visuelle Rekonstruktion liegt besonders im archäologischen Bereich nahe. Dort haben in vielen Fällen nur noch Reste überdauert, die nun auf ihre ursprüngliche Erscheinung zu befragen sind. Eine Möglichkeit, um ein partiell erhaltenes symmetrisches Objekt wieder zu vervollständigen, ist, das Objekt entlang seiner Mittelachse zu spiegeln. Diese Methode ist mit dem Programm MeshMixer in wenigen Schritten durchführbar und soll hier anhand eines etwa zur Hälfte erhaltenen Bechers der nordamerikanischen Nodena-Kultur vorgeführt werden. Das Modell laden wir mit einem Klick auf Import in MeshMixer. Die Ansicht im Programm kann mit der Maus navigiert werden. Mit gedrückter Maustaste lässt sich das Modell rotieren, mit Klicken bei gedrückter Shift-Taste im Raum bewegen und mit dem Mausrad kann man an das Objekt heranzoomen. Alternativ kann die Ansicht auch über den Würfel oben rechts in der Fensterecke gesteuert werden. Wenn man ein 3D-Modell in ein Bearbeitungsprogramm wie MeshLab oder MeshMixer lädt, ist das Objekt oftmals noch nicht korrekt ausgerichtet und wird zum Beispiel schräg angezeigt. In MeshMixer lässt sich die Ausrichtung mit den Tools Create Pivot und Align korrigieren, ohne dass man das Objekt in mühsamer Feinarbeit hin- und herdrehen muss. Zunächst muss ein Pivot, also ein Angelpunkt, auf die Fläche gesetzt werden, die zukünftig die waagerechte Standfläche des Objekts sein soll. Dafür klickt man in der Seitenleiste auf Edit Create Pivot. Als Placement-Mode muss hier die Einstellung Snap to Face Center ausgewählt werden. Mit einem Klick auf die Fläche, die in die waagerechte gebracht werden soll, dies ist bei uns die Unterseite des Sockels, wird der Pivot platziert. Um den Pivot zu fixieren und das Tool-Fenster zu schließen, müssen nun noch die Befehle Drop Pivot und Done angeklickt werden. Zum Ausrichten des Objekts muss das Aligning-Tool geöffnet werden. Dies ist ebenfalls unter Edit zu finden. Als Source muss hier Pivot ausgewählt werden. Als Destination wählen wir World Origin Y ab, damit bei der Neuorientierung die Y-Achse nach oben zeigt und die von uns gewählte Fläche im rechten Winkel zur Y-Achse positioniert wird. Mit einem Klick auf den von uns gesetzten Pivot wird das 3D-Modell neu ausgerichtet. Nun muss noch auf Accept geklickt werden, um das Tool zu schließen. Damit die neue Ausrichtung auch beim nächsten Öffnen des Objekts beibehalten wird, empfiehlt es sich, das Objekt zu exportieren. Hierfür klickt man in der Seitenleiste auf Export und wählt einen Namen für das neu orientierte 3D-Modell. Um das Modell anschließend auch in MeshLab öffnen zu können, muss man beachten, beim Namen keine Umlaute und Leerzeichen zu verwenden, da man in MeshLab sonst eine Fehlermeldung bekommt. Statt Leerzeichen eignen sich hier zum Beispiel Unterstriche. Für die Rekonstruktion soll der Sockel, auf dem sich unsere Schale befindet, nicht mit einbezogen werden. Deshalb wollen wir ihn wegschneiden. Dafür wählen wir in der Seitenleiste Edit aus und klicken dort auf Plain Cut. Es erscheint ein Raster, das die Linie anzeigt, entlang welcher das Mesh beschnitten werden soll. Mit der Maus kann bei Bedarf die Schnittlinie durch Klicken und Ziehen neu gezogen werden. Mittig auf dem Raster befinden sich mehrere Pfeile, mit denen die Schnittlinie bewegt und gedreht werden kann. Dabei lässt sich das Objekt entweder frei auf den Achsen bewegen oder an einem Raster ausrichten. Für das Ausrichten am Raster muss das Icon S, das steht für Snap, also Einrasten, das sich neben den Pfeilen befindet, angeklickt werden, sodass es grün angezeigt wird. Die Schritte, in denen sich das Raster bewegt, lassen sich durch Drücken der Pfeiltasten vergrößern und verkleinern. Mit einem Klick auf den dicken blauen Pfeil lässt sich einstellen, ob das Mesh oberhalb oder unterhalb des Rasters gelöscht werden soll. Dabei wird das Mesh, das gelöscht werden soll, transparent dargestellt. Sind wir mit der Position des Schnittes zufrieden, wählen wir bei Cut Type Cut Discard Half aus. Unter Fill Type kann man auswählen, ob das Loch im Mesh, welches durch den Schnitt entsteht, gefüllt werden soll oder nicht. Mit einem Klick auf Accept wird der Schnitt bestätigt. Nun können wir das Objekt spiegeln. Dafür bietet es sich an, das Objekt von oben zu betrachten, damit die Spiegelung möglichst akkurat durch die Mittelachse verläuft. Über Edit auf der Seitenleiste wählen wir nun Mirror aus. Es erscheint, wie wir es auch vom Tool PlainCut kennen, ein mittig durch das Modell verlaufendes Raster, an dem das Mesh gespiegelt wird. Ebenso wie beim PlainCut Tool lässt sich die Schnittlinie auch hier mit gedrückter Maustaste neu ziehen und mit den Pfeilen ausrichten. Ist man zufrieden mit der Position des Rasters, muss die Spiegelung des Objekts nur noch mit Accept bestätigt werden. Das Mesh kann nun über Export, Gespeichert und in anderen Programmen weiter bearbeitet werden. Zum Beispiel lässt sich im Programm MeshLab die rekonstruierte Hälfte farblich markieren, um die Ergänzung zu kennzeichnen. Wenn wir unsere rekonstruierte Schale betrachten, können wir feststellen, dass diese jetzt wieder zu einem beinahe vollständigen Gefäß ergänzt wurde. Nur eine Lücke im Rand bleibt bestehen. Die Form des Gefäßes ist nun gut erkennbar und auch Durchmesser und Volumen lassen sich besser nachvollziehen. Ein Vergleich mit vollständig erhaltenen Gefäßen dieses Typos bestätigt die von uns rekonstruierte Form. Beim Betrachten der beiden Gefäße fällt allerdings sofort auf, dass sie in ihrer Gestaltung sehr symmetrisch aufgebaut sind und nur deshalb eine Spiegelung an der Mittelachse möglich ist. Für eine Rekonstruktion in MeshMixer können wir also festhalten, dass Objekte mithilfe des Mirror Tools nur vervollständigt werden können, wenn man von einer starken Achsensymmetrie ausgehen kann. Selbst dann sind bei handgefertigten Objekten kleinere und größere Unregelmäßigkeiten zu erwarten, wie zum Beispiel einem ungleichmäßig geformten Rand oder einer Wölbung im Material, die im Zweifelsfall mitgespiegelt werden und das Aussehen maßgeblich verändern können. Dies ist bei unserem rekonstruierten Gefäß auch an der Oberflächenverzierung festzustellen. Zwar stimmt das Muster der beiden Gefäße auf den ersten Blick überein, betrachten wir die Verzierung jedoch genauer, fällt auf, dass im Bereich der Mittelachse, an der die Schale gespiegelt wurde, das Muster nicht regelmäßig verläuft. Anstatt eines konzentrischen Halbkreises, wie er auf dem Gefäß regelmäßig zu finden ist, ist in einem Bereich ein Muster in V-Form entstanden. Visuelle Rekonstruktionen unvollständig erhaltener Objekte bleiben demnach immer in gewissem Maße spekulativ. Entscheidend für ihre Glaubwürdigkeit ist die strenge Orientierung an historischen Belegen. In einer digitalen Visualisierung lässt sich dieses spekulative Element einfach durch die farbig markierte Ergänzung kennzeichnen. Zudem können digitale Rekonstruktionen verhältnismäßig schnell und unaufwendig erstellt miteinander verglichen und auf ihre Zuverlässigkeit überprüft werden, um dem ursprünglichen Erscheinungsbild eines Objektes näher zu kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen!